Hallo Freunde des Pokersports. Servus an die Zuschauer zu Hause. Servus an die Replay-Gucker auf YouTube. Das kommt ja auf der Arme. Das ist eine interessante Karte für die Nats hier, für Panao. Wie er 15 macht. Ja, ja, ja. Ah, sogar ein bisschen mehr als die Racer. 15. Setz dich jetzt halt genau auf als König. Ihr habt ja gerade gehört, Kevin sagt, er setzt ihn als als König. Oh, wir haben ihn schon mal in zwei Kreuzunterklinik. Und das ist natürlich ein Granatenbord, super dick. Geht ihn ins Datum? Was ist denn das für ein Move? Gibt's auf alle Fälle mit Versteinertermine. Wer weiß gar nicht, wie ihm da geschieht. Genau, All-In gibt's so einen Move. Endlich mal vernünftiger Spielzug. Und Kevin natürlich auch in-Star-All-In. Und jetzt hockt der Five-Mix wieder da und weiß nicht, was er tun soll. Das ist ja unfassbar. Das könnte der größte Pott des Abends werden. Und jetzt war es zum Beispiel Bank. Wenn der richtige Bett auspackt. Also ich drücke 15, dreiviertel Pott. Nice. Das ist ein Perspektive. Da sind aber die Gedanken von Kevin ein bisschen besser. Da kann man quasi fast schon in sein Gehirn reingucken. 11.30 hab ich gehört. Voll? Ja klar. Ja klar. Das wird der größte Pott des Abends. Kann ja noch was kommen. Jetzt nicht wegkommen, dann geht's richtig runter. Wird ja gut. Danke. Ein Aufmerksamkeit. Danke. Da ist er. Muss mal einbetteln. Hier kannst deinen Fans mal Hallo sagen. Das ist er. Ich spiele eigentlich nur für den Klaus. Ja, der guckt aber nicht zu. Klaus, wenn du zugucken würdest. Alles für dich. Genau. Danke Hackmann.